Wir müssen reden. Unsere Rolle als die sogenannten Tugenden des deutschen Volkes. Wir sind jetzt schon 100 Jahre hier und die Welt verändert sich, wir jedoch nicht. So scheint es mir zumindest. Stetigkeit und Brauchtum sind wichtig. Das sind unsere Stärken. Genau. Wir haben eine Verbindung mit der Geschichte, die viel mehr als 100 Jahre umfasst. Tiefe Wurzeln, die uns befestigen und Stabilität und einen Zweck geben. Ich weiß, dass Tradition Ihnen beiden wichtig ist. Tapferkeit und Glauben.